ZDF Nachtstudio Depression, Sinnkrise und wie soll ich damit fertig werden? Ich und die Welt, was ist der Sinn des Lebens? Das fragen wir heute ganz vollmundig. Meine Gäste am Kamin sind Sachverständige und zwar Erfolgreiche. Anselm Grün, er ist Benediktinerpater, geistlicher Berater, Referent und Bestsellerautor. Bis heute sind es 300 Buchtitel mit einer Gesamtauflage von 15 Millionen. Bild am Sonntag hat ihn mal einen heiligen Hippie genannt. Er sagt, das Kloster ist etwas, was mich wacher und lebendiger hält. Gelongmar Lama Palmo studierte einst als Sabine Arzt Januschke in Wien Germanistik und Romanistik, fand dann den Sinn ihres Lebens in einem buddhistischen Kloster und ist heute eine der wenigen weiblichen Lamas, also Lehrer, Lehrerinnen des Buddhismus auf der ganzen Welt. Sie sagt, wer Glück und Zufriedenheit ausstrahlt, kann im Kleinsten Großes bewirken. Michael Schmidt-Salomon, er ist Philosoph und Verfasser des Manifestes des Evangelischen, das sieht man ja, wie man sich da verheddert, Manifestes evolutionären Humanismus. Der Spiegel nannte ihn mal Deutschlands Chef-Atheisten. Sein neues Buch dreht den Titel Jenseits von Gut und Böse, warum wir ohne Moral die besseren Menschen sind. Er sagt, für das, was ich sage, wäre ich in vielen Jahrhunderten verbrannt worden. Und Heiner Geißler, Ex-Minister, Ex-CDU-Generalsekretär, streitbarer Katholik, Attack-Mitglied und Buchautor. U Topos, wo ist der Ort sozusagen? Suche nach dem Ort, den es geben müsste, heißt sein neues Buch. Darin bekennt der heute 79-Jährige. Solange ich schreiben und klettern kann, bin ich jung und habe mir abgewöhnt, Angst zu haben. Herr Geißler, angesichts der Ungerechtigkeit dieser Welt, alles, was ihr am Anfang aufgezählt habt, steigt einem da nicht die Zornesröte ins Gesicht und zweifelt man an dem Sinn des Ganzen? Ich glaube schon, dass man am Sinn des Lebens insgesamt zweifeln kann. Das glaube ich schon, das tun viele. Und in dem Moment, wo wir hier zusammensitzen, werden in dieser Sekunde oder in dieser Minute sicher Zehntausende von Menschen gefoltert, totgeschlagen, Frauen vergewaltigt, Kinder von ihren Eltern, brutal misshandelt, allein hier in Berlin. Und wenn man die Schreie dieser Menschen alle punktuell in einer Sekunde hören könnte, dann wäre der Schrei wahrscheinlich so schrecklich, dass alle, die ihn hören, sterben müssten. Das ist die Realität dieser Welt, von der Finanzkrise und vielem anderen, mal ganz abgesehen. Insofern ist der Titel oder das, worüber wir reden, gibt es einen Sinn des Lebens. Diese Frage ist absolut berechtigt. Und Sie würden sagen, wir müssen diesen Sinn wieder finden oder diesen Sinn ganz neu entwickeln? Ich weiß nicht, ob wir ihn finden können. Ich glaube, man kann höchstens miteinander diskutieren und vielleicht dann diese Erkenntnisse weitergeben, wie der Einzelne wirklich ein sinnvolles Leben führen kann. Von einem glücklichen Leben will ich gar nicht sprechen. Es gibt auch Glücksmomente im Leben, das ist gar keine Frage. Und in der Vereinigung von zwei Menschen, die sich lieben, auch in der körperlichen Vereinigung, das kann in der höchsten Form der Ekstase auch das höchste Glücksempfinden verursachen, das Menschen überhaupt empfinden können. Aber selbst dieses Glück, das Menschen haben können, wird auf der anderen Seite wieder von mächtigen Institutionen, zum Beispiel von Religionen, auch von der Moraltheologie der katholischen Kirche den Leuten vermisst, regelrecht in Frage gestellt. Und insofern ist auch dieses Glück, das Menschen wirklich finden können, ist nicht das einzige Glück, ganz sicher nicht, auch dieses Glück wieder fragwürdig für viele Menschen, obwohl sie es selber finden könnten. Martin Anselm, ist das Streben des Einzelnen nach Glück der Sinn des Lebens, oder ist das, was Herr Geister sagt, eben nicht? Darf der Einzelne gar nicht glücklich sein in seiner Gemeinde? Doch, der Einzelne darf durchaus glücklich sein. Der Grundsatz der Philosophie seit Platon ist, alle Menschen wollen glücklich sein. Aber ich würde nicht das Glück als Ziel des Lebens sehen, sondern für mich gibt es zwei Aspekte von Sinn. Einmal, welche Lebensspur möchte ich eingraben in diese Welt? Also natürlich gibt es die Gesamtsituation, die Sie gerade dargestellt haben, die macht einen nicht so glücklich, aber trotzdem die Frage, was möchte ich hinterlassen in dieser Welt? Welche Spur möchte ich eingraben, dass ich mein ganz persönliches Leben, meine Lebensspur eingrabe? Jeder Mensch, so sagt die Theologie, ist ein einwahliges Bild Gottes und diese Einwahligkeit, die darzulegen und diese Welt durch mich wärmer, menschlicher zu machen, das ist der eine Sinn. Das zweite ist, welchen Auftrag habe ich? Jesus spricht von Sendung, wir sind auch Gesandte in dieser Welt, wir kreisen nicht um uns selber. Manche, die nur um Glück kreisen, meinen, das kann man kaufen, sondern wir haben auch einen Auftrag. Also was ist mein Auftrag in dieser Welt? Der eine hat einen politischen Auftrag, der andere einen spirituellen, der andere einen Auftrag, Projekte zu machen, irgendetwas, eine neue Erkenntnis zu bringen. Es gibt verschiedene Aufträge, aber dass wir auch Gesandt sind, dass wir nicht nur um uns kreisen, sondern Verantwortung haben für diese Welt, das ist für mich wesentlich. Wie erklären Sie sich den großen Erfolg Ihrer Bücher? Liegt das in Ihnen selber oder liegt das darin, dass Sie in einem, ich nenne es jetzt mal behüteten Ort, des Klosters leben seit 45 Jahren? Ich glaube, der Erfolg liegt darin, einmal gibt es eine tiefe Sehnsucht nach Spiritualität in den Menschen, zum anderen versuche ich eine einfache Sprache zu sprechen und keine moralisierende, keine bewertende Sprache, sondern eine Sprache, die die Menschen dort abholen, wo sie sind, und ich versuche, ihre Sehnsucht anzusprechen nach gelingendem Leben und nach einem tieferen Getragensein von Gott. Glungma Lama, Sie waren verheiratet, sind dann nach Indien gereist, ich sage jetzt mal durch Zufall in einem Kloster gelandet oder nicht durch Zufall, Sie sind in einem Kloster und haben gesagt, nein, das ist nichts für mich, diese Heirat, und sind dort geblieben. Ist das für Sie ein plötzlicher Lebenssinn gewesen? Das zu entdecken und wie war das? Also zuerst bin ich nicht dort einfach hängen geblieben und durch Zufall dort gelandet, sondern sehr bewusst dort hingegangen und habe mich mit dem Buddhismus damals schon sehr lange auseinandergesetzt, und zwar auf intellektueller, philosophischer Grundlage. Da haben wir gesagt, das, was ich jetzt theoretisch gehört habe, möchte ich auch kennenlernen und wirklich leben lernen, also nicht nur einfach dieses Konstrukt, das mir zur Verfügung gestellt wurde, im Westen, sondern auch wirklich dieses Erleben dessen, was ich da gehört habe. Und bin im Zuge meiner Hochzeitsreise dort eben in Sikkim gewesen und in einem Kloster und wie ich schon oft gesagt habe, dort hat es zu brodeln einfach begonnen, da konnte ich nicht mehr wirklich aus und ein Jahr später habe ich gesagt, ich kann tatsächlich nicht mehr anders. Und Sie sagten, der Buddhismus hat immer mit Sinn und Sinnsuche zu tun. Wie versteht man das? Ist das eine Sinnsuche etwa, wie Herr Geister gesagt hat, dass man tatsächlich einen Sinn in dem großen Ganzen finden muss, wo man am Leid der anderen auch verzweifelt, oder ist es ein individuelles Sinnsuchmodell? Also ich glaube, dass man, bevor man zu einem Sinn als Globales kommt, dann mal den Sinn für sich selber finden muss. Und der Sinn für sich selber beginnt da, wo man irgendwo ansteht. Also ich kann nur von mir sprechen. Ich habe, wie Sie gesagt haben, ich war intellektuell, ich habe mich auf der Uni herumgetrieben und habe so ziemlich alles von klein auf an Schriften inhaliert, was mir unter die Finger gekommen ist. Und je älter ich wurde, umso mehr ist es mir, habe ich das Gefühl gehabt, ich drehe mich im Kreis. Ich komme nicht aus diesem intellektuellen, aus diesem Philosophieren, aus dieser Möglichkeit, etwas zu greifen. Ich kriege es nicht zum Greifen. Und dann kam ich eben in Berührung mit dem Buddhismus und da habe ich eine Möglichkeit gefunden, das, was in mir gesteckt ist und diese Suche nach einem Sinn, konkret und fassbar geworden ist. Was würden Sie ihn benennen? Was? Den Sinn. Den Sinn? Ja. Der Sinn, die Befriedigung von einem Glück, das nicht ein Glück ist als Zufallsprodukt, sondern das das Produkt ist von ehrlicher Anstrengung zum Wohle aller anderen. Definition. Herr Schmid-Salomon, ein Leben ohne Gott, ist das nicht grässlich, dass wenn der Tod da ist, wir nichts anderes haben, als das, was wir gehabt haben? Nun ja, also in der buddhistischen Tradition übt man sich ja gerade darin, aus dem Kreislauf der Leidenszyklen auszusteigen, ins Nirvana. Das, könnte man sagen, bieten Atheisten oder Naturalisten gleich frei Haus an. Instant Nirvana, könnte man sagen. Also das ist für uns, die wir hier in Europa aufgewachsen sind, wahrscheinlich eine Horrorvorstellung. Aber, gut, wenn man sich das etwas genauer anschaut, dann ist wahrscheinlich auch die Vorstellung eines ewig gleichen Paradieses nicht besonders befriedigend für uns. Es gibt ja dieses Sprichwort, nichts ist schwerer zu ertragen, als eine Reihe von guten Tagen. Und jetzt multipliziere man das jetzt um Jahrtausende, Jahrhunderttausende, Jahrmillionen. Ich glaube, also die naive Vorstellung von einem Paradies, die wäre für die meisten Menschen so unerträglich, dass sie nach 10.000 Jahren dem Schöpfer auf die Knie fallen würden und sagen, bitte erlöse mich vom Fluch der Unsterblichkeit. Also diese Vorstellungen sind, natürlich, wir müssen damit leben. Am Ende jedes Lebens ist eine Tragödie. Und wenn es einen Stein der Weisen gibt, dann ist es meines Erachtens der Grabstein. Das Bewusstwerden unserer eigenen Vergänglichkeit, dass wir vergessen werden und selbst das Vergessen wird vergessen sein. Und das gilt für jeden, der hier sitzt. Das gilt für die Zuschauer am Fernsehen, es gilt für diese Sendung, was schade ist, aber auch sie wird vergessen sein. Das klingt erst einmal ganz, ganz fürchterlich, aber wenn man sich mit dieser Vergänglichkeit konfrontiert hat, dann kann man genau daraus natürlich auch so etwas wie einen Auftrag für sich selber entwickeln, dass man diese kurze Spanne auf diesem Staubkorn im Weltall möglichst vernünftig gestaltet. Das haben wir schon Epikurea gemacht. Dieses Carpe Diem entsteht ja aus dem Bewusstsein, Wo ich bin, ist der Tod nicht und wo der Tod ist, bin ich nicht. Entsteht aus diesem Bewusstsein der Vergänglichkeit, dass man den Tag pflücken muss. Wir haben sehr wahrscheinlich eben diese eine Chance. Es gibt keine ewige Verlängerung dieses Gastspiels und ich bin auch davon überzeugt, es gibt keine Wiederholungspartien im Sinne von Reinkarnationen. Aber irgendeiner hat doch mal gesagt, wenn es keinen Gott gibt, ist alles erlaubt. Das schreiben Sie in Ihrem Buch gerade nicht. Bei Ihnen könnte man jetzt sagen, wenn es keinen Gott gibt oder weil es keinen Gott gibt, ist eben nicht alles erlaubt. Das heißt, ich muss selber für mich einstehen. Ich muss meinen Sinn nicht aus irgendetwas anderem heraus destillieren, sondern ich muss ihn mir selber geben. Können Sie das in zwei Worten sagen, wie das funktionieren soll? Nun, wer nach dem Sinn sucht, der muss in seinen Sinn suchen. Das heißt, in unserer Sinnlichkeit, in der sehr irdischen Erfahrung von Leid und Freude, Schmerz und Lust, Wohl und Wehe, das ist die Grundlage jeder Bedeutungszuschreibung, ist wahrscheinlich schon sehr früh in der Evolution entstanden. Und was uns Menschen ja auszeichnet, ist, dass wir sehr empathisch sind. Das heißt, wir können das Leid von anderen mitempfinden. Wir leiden mit ihren mit und wir können uns auch mitfreuen an der Freude der anderen. Und das bietet gewissermaßen die naturalistische Grundlage einer Ethik, in der eben nichts, es nicht gilt, dass alles jetzt gleichgültig ist, weil es ist uns eben nicht gleichgültig, wie es uns geht und wie es anderen Menschen geht. Das heißt, wenn ich sagen würde, was ist der Sinn des Lebens, dann geht es darum, dass wir Leid reduzieren und Freude vermehren und zwar nicht nur in unserem eigenen Erleben, sondern auch in dem Erleben der anderen. Weil wir von Spiegelneuronen gesteuert werden, diese Neuronen, die den anderen sehen. Herr Geister, Sie sind ja ganz anderer Meinung. Sie sagen, die Existenz Gottes ist für das Handeln des Menschen notwendig. Steht Seite 49 in Ihrem Buch. Ja, jedenfalls ist das der Gottesbeweis von Immanuel Kant. Dass Gott ein Postulat der praktischen Vernunft ist. Letztendlich ist der Beweis aber auch nicht ganz überzeugend. Das ist nicht stringent, wie zweimal 2,4 oder etwas Ähnliches. Aber es steckt schon eine Weisheit dahinter. Mit Epikur, nicht wahr, der in der Tat gesagt hat, solange der Tod nicht da ist, ist man nicht tot. Und wenn man tot ist, dann spürt man nichts mehr. Er ist natürlich relativ einfach gestorben. Er saß in der Badewanne, hat Wein getrunken und sich mit den Leuten unterhalten. Er ist so gestorben. Aber sehr viele Menschen sterben unter fürchterlichsten Umständen. Wenn sie Krebs haben oder wenn sie schwer verletzt sind und ein bisschen tot sind. Viele wünschen sich ja den Tod richtig hin dabei. Nicht wahr, wenn sie Leid erfahren. Also ich habe jedenfalls in meinem Leben mich dazu entschlossen, mich nicht mit der Sinnlosigkeit dieses Lebens abzufinden. Und ich muss ehrlich sagen, Gott spielt dabei für mich keine große Rolle. Keine große Rolle. Denn ob es ihn gibt oder ob es ihn nicht gibt, ändert an dem Zustand dieser Welt und dem Leid und dem Elend und dem Hunger. Wenn wir hier sitzen, ich war jede, jede Woche sterben 250.000 Kinder auf dieser Welt, weil sie nichts genügend zu essen haben und gleichzeitig werden 2,5 Billionen Dollar regelrecht verbrannt und versenkt von einigen gierigen Brokern, Bankern, Investmentbankern, Spekulanten, nicht wahr, die also den Hals nicht voll bekommen. Das ist alles eine sinnlose Situation, in der wir uns heute befinden. Und deswegen bin ich zu dem Ergebnis gekommen, egal, was um die Religionen sagen, nur eine Zwischenbemerkung. Ich halte die Religionen insofern, haben sie recht, für notwendig. Wenn es die Religion nicht gibt, das heißt nicht die Hoffnung auf ein Leben danach, dann würden wir Millionen, hunderte von Millionen Menschen ins absolute Unglück stürzen. Die Menschen würden mit diesem Leben nicht fertig werden, sie können sich überhaupt nur retten. in ihrer Existenz dadurch, dass sie entweder wie im Buddhismus oder in den prophetischen Religionen die Hoffnung haben, dass es eben nach diesem elenden Leben weitergeht. Obwohl man das ja nicht weiß. Aber ich will nur sagen, was ich, der Sinn, der Sinn, meinen Sie, dass ich mich mit diesem Unglück nicht abfinde, sondern der Sinn meines Lebens besteht darin und bestand auch immer darin, wenigstens ein bisschen Zentimeter oder Meter für Meter dazu beizutragen, dass die Lebensbedingungen der Menschen sich verbessern, dass man den Menschen helfen kann, dass man aber auch die Systeme verändert, dass man sogar Revolutionen durchführt, um das Unrecht zu beseitigen. So wie das im Übrigen Jesus auch getan hat. Jesus war ein großartiger Homo politicus. Seine Botschaft hatte eine absolut politische Dimension, was die heutige Kirche leider Gottes vergisst. Herr Dr. Anselm, was sagen Sie dazu? Nur noch ein kleiner Hinweis für die Zuschauer. Sie haben ja Ihren Namen Anselm genommen von Anselm von Canterbury, der ja auch einen Gottesbeweis durchgeführt hat. Ja, natürlich, die Gottesbeweise sind allerdings ganz stringent. Ich denke, da kann man diskutieren. Ich glaube, wir sind einig, dass wir, dass das Sinn des Lebens auch im Engagement für die anderen besteht. Da sind Atheisten und Buddhisten und Humanisten der gleichen Meinung. Was Sie über Ewigkeit gesagt haben, ist natürlich sehr plakativ. Ewigkeit ist nicht eine lange Dauer, sondern ist die Pfülle des Lebens in einem Augenblick. Was Ewigkeit ist, das erleben wir, wenn Zeit und Ewigkeit zusammenfallen. Wenn wir ganz intensiv etwas erleben, dann ist Ewigkeit. Und insofern kann man nicht so eine lange Dauer da sehen. Man kann natürlich... Aber Sie gehen doch davon aus, dass es ein Leben nach dem Tod gibt. Ja. Oder nicht? Leben nach dem Tod ist, das ist ja wie eine Verlängerung. Ich denke, dass der Tod uns verwandelt in die tiefe Sehnsucht erfüllt wird. C.G. Jung, der Schweizer Therapeut, sagte mal, ob es ein Leben nach dem Tod gibt, kann ich weder philosophisch noch sonst viel beweisen. Aber er als Psychologe traut der Weisheit der Seele. Und die Weisheit der Seele weist darum. Und ich kann gegen die Weisheit der Seele verstoßen. Wenn wir einen haben. Wenn wir einen haben. Ja gut, wer ist mein Name? Auch die Psychologe und die Seele nicht im philosophischen Sinn, sondern im psychologischen Sinn. Die innere Ahnung ist dann... Natürlich kann man sagen, ist die Weisheit der Seele nur dazu da, damit wir besser leben können, dass wir uns einigermaßen erträglich machen. Das ist natürlich eine Möglichkeit. Aber ich traue dann einfach der Weisheit und Jung meint dann auch, gut, wer gegen die Weisheit der Seele verstößt, der wird neurotisch und rastlos. Und insofern finde ich es vernünftig, der Weisheit der Seele zu trauen. Und nicht ein... Also das Leben nach dem Tod ist keine Fortsetzung, sondern die Erfüllung, die Verwandlung des Menschen. Der Mensch wird in das hinein verwandelt, was er eigentlich ist, von seinem Ursprung, was wir hier nie so ganz leben können. Und das ist schon auch, dass es eine Hoffnung für jeden Menschen gibt, auch den, der da schlechte Voraussetzungen hat. Das soll kein Vertrösten auf das Jenseits sein. Aber ist es nicht in der Tat in der Kirchengeschichte immer ein Vertrösten? Wenn wir nach dem Sinn des Lebens heute fragen, müssen wir ja vielleicht nach dem Sinn des Lebens vielleicht vor drei, vierhundert oder noch länger fragen. Und da war ja das Jenseits ja immer, euch geht es heute dann besser, aber jetzt hier müsst ihr erst mal Sklaven sein. Klar, also da ist viel verkehrte Botschaft verkündet worden, das gebe ich zu. Das ist nicht die Botschaft des Evangeliums. Das ist die Botschaft der Kirchenväter, nicht mal Ambrosius und was sie bisher alle heißen. Das war die wirklich eine falsche, eine total falsche Interpretation des Evangeliums. Also ich denke, wichtig ist in der Welt sich zu engagieren und gemeinsam die Hoffnung zu stärken, aber dass es hier nicht aus ist, oder Gabriel Marcel, der französische Philosoph, sagt dann mal, Lieben heißt zu sagen, du, du wirst nicht sterben. In jeder menschlichen Liebe ist auch eine Ahnung, dass wir nicht auf der Liebe fallen können, auch nicht durch den Tod. Wenn die Widerstandskämpfe im Dritten Reich an ihre Frauen geschrieben haben, kurz vor ihrer Hinrichtung, das Gefühl, wir werden uns wiedersehen, die Henker haben keine Macht über uns, die Täter können nicht über ihre Opfer triumphieren, also das ist auch ein Stück Revolution dabei. Aber für diese, das, was Sie jetzt gesagt haben, da brauchen Sie doch einen persönlichen, strafenden, oder aber auch gütigen Gott nicht. Denn das, was Sie jetzt ausgeführt haben, könnte man doch auch, ja, etwa, vielleicht, im Buddhismus, wo es ja keinen persönlichen Gott gibt, annehmen. Oder würden Sie Pater Allensam widersprechen, was er gesagt hat? Ich würde es mir nicht anmaßen, Ihnen zu widersprechen. Ich bin kein Katholik, das heißt, ich kann nicht die katholische Lehre beurteilen, oder ich möchte sie auch nicht evaluieren. Natürlich meine eigene Meinung dazu, und ich komme aus einem Umfeld, wo natürlich Katholizismus eine wichtige Rolle gespielt hat. Ich bin selber in eine Klosterschule gegangen, habe das aus erster Hand mitbekommen. Ich glaube, letztendlich geht es auf die Frage, gibt es einen persönlichen Gott. Auf die wollen wir ja hin, letztendlich. Erstmal in diesem Bereich. Wir wollen erstmal jetzt sozusagen unsere Positionen klären. Die gibt es ja, die gibt bei ihm nicht. Bei Ihnen beiden ist mir dieser persönliche Gott eher ein philosophisches Konstrukt, muss ich ganz ehrlich sagen. Im Buddhismus gibt es den nicht. Im Buddhismus, ja, was gibt es denn da? Da geht es zum Überwinden von Leiden. Und zwar das Überwinden von jeglicher Art von Egoismus. Also das jährliche Art von Egoismus, wo der Egoismus die pervertierte Form dessen ist, was wir erreichen wollen. Also wenn unser Streben ist, ein Glück jenseits von Gut und Böse, um es mal so plakativ zu sagen, dann sind einfach die Mittel und Wege dafür da, dieses Glück durch Praxis, durch Aktivität, durch Verhalten zu erreichen. Das heißt, friedlich, sich zurückgezogen, spirituell wirken oder auch tätig in der Welt, also wie als ein Politiker. Zum Beispiel. Bei uns ist die Basis einfach ethisches Verhalten. Wenn ich mich innerhalb einer gewissen Ethik bewege, dann ist mir von vornherein sehr viel abgenommen. Und zwar im positiven Sinne abgenommen. Das heißt, wo ich immer wieder mit mir selber in einen Konflikt kommen würde, wo ich mich an Regeln halte, kann ich mich von diesem Konflikt fernhalten, kann ich mich von den Schwierigkeiten, die dieser Konflikt erzeugen würde, fernhalten. Bis zu dem Punkt, wo ich so gefestigt bin in meiner Ethik, dass ich mich nicht mehr fernhalten muss, dass ich transzendieren kann. Und die ewigen Wiedergeburten, was hat das damit auf sich? Die guten alten Wiedergeburten. Sagen wir eben im Buch oder in meinem Interview habe ich es gelesen. Ja, es kann doch nicht erstrebenswert sein, als Kellerassel wieder geboren zu werden. Also wir sagen, eine Wiedergeburt ist, passiert so lange, solange ich aus diesem Zyklus nicht aussteigen konnte. Das heißt, solange mein Geist nicht die Kraft in sich trägt oder diese Kraft wiederentdeckt hat, da aktiv rauszukommen. Und da aktiv rauszukommen, passiert ausschließlich auf der Basis von Altruismus. Wenn ich da draußen bin, schaut die Geschichte sowieso wieder anders. Aber solange ich in diesem Kreislauf befinde, und dieser Kreislauf ist ein Kreislauf, der geprägt wird von Ursache und Wirkung, also das, was ich heute tue, hat morgen eine Folge. Das ist ein Naturgesetz. Wenn ich mir heute am Finger haue, ich mag einen blauen Fleck voraussichtlich. Das heißt, Wenn wir die Natur gesetzt, jetzt mal als Stichbein haben. Das ist richtig. Ursache, Wirkung sind wesentlich für unser Naturverständnis. nur ziehen die sich nicht über verschiedene Lebenszyklen hin, mit der Unterstellung, dass da gewissermaßen Persönlichkeitsmerkmale von einem Leben in das andere übergehen. Das ist ja die Vorstellung, die so problematisch ist, die meines Erachtens auch problematisch ist in der Vorstellung eines wie auch immer gearteten Lebens nach dem Tod, dass natürlich unsere Persönlichkeit verbunden ist mit den neuronalen Schaltkreisen in unserem Gehirn, unsere Persönlichkeit ist da gewissermaßen materiell verankert. Wir können nichts denken, wir können nichts empfinden, wofür es keine neuronalen Schaltkreise gibt. Und mit dem Tod des biologischen Gehirns ist diese Persönlichkeit unwiederbringlich verloren. Deswegen, man muss ja, wenn man über Sinn spricht, ja auch schauen, wie ist denn die Faktenlage eigentlich. Natürlich können wir ganz viel spekulieren, wir können uns die tollsten Dinge ausmalen. Und das haben Menschen ja gemacht. Die ganze Menschheitsgeschichte ist eine grandiose Erzählung geboren aus einer überbrodelnden Fantasie. Aber wenn wir uns mal anschauen, okay, wie sind denn die realen Fakten, dann gibt es doch überhaupt gar keine Belege, an solche Vorstellungen zu glauben. Nur weil Sie die Belege nicht gesehen haben, muss das nicht glauben, dass es keine gibt. Da gibt es auch keine Belege. Klar, es ist letztlich beweisen kann man weder das eine noch das andere. Wenn Sie sagen, die Person hört auf mit dem Gehirn, klar, ohne Gehirn gibt es kein Denken und so weiter, aber das ist das Instrument, auf dem die Seele spielt. Und ich denke, das Klavier ist nicht der Musiker. Und die ganze Gehirnforschung kann den Menschen nicht reduzieren aufs Gehirn. Das macht sie auch nicht. Aber Sie unterstellen einen Dualismus zwischen dem Klavier und dem Klavierspieler. Und genau das ist nicht da. Da gibt es tausende von Untersuchungen, die das zeigen. Das würde auch bei Ihnen funktionieren. Wenn man Ihre Hirnschaltkreise entsprechend simulieren würde, würden Sie jetzt mitten anfangen in dieser Runde zu lachen. Aber Ihr Gehirn würde Ihnen vorspielen, dass irgendwelche Gründe... Ja, ja gut, das würde bestimmte Gründe, würde Ihr Gehirn aufbringen und Sie werden davon überzeugt, Sie lachen deshalb, weil Herr Panzer so lustig aussieht. Aber faktisch kam es daher, dass eine bestimmte Region in Ihrem Gehirn stimuliert worden ist. Und ich bin kein Vertreter eines, das alles materialistisch sozusagen ist, aber wir sollten von einem Monismus ausgehen, davon, dass Gehirn und Geist nicht voneinander zu trennen sind. Dafür gibt es sehr, sehr viele Belege. Dann hätten wir aber kaum Kultur. Dann hätten wir ja gar nicht alles das, was aufgemacht hat. Ich meine, der Niklas Luhmann, ein sehr weiser Mann, der hat gesagt, Kontingenzformel Gott. Das heißt also, man könnte auch sagen, Papierkorb Gott, Kontingenzufallsformel, alles was wir nicht begreifen, schmeißen wir da rein. Man könnte das aber auch dann etwas ausdehnen und könnte sagen, Kontingenzformel Naturwissenschaft, indem man alles nicht begreift, dass wir dann wieder hineingehen bis in die Gegenforschung. Es geht nicht darum, die Naturwissenschaft jetzt zur Basisdisziplin zu machen, da würde ich mich ja selbst arbeitslos machen als Philosoph. Es gibt emergente Phänomene. Also wir können bestimmte chemische Eigenschaften schon nicht physikalisch erklären, wir können biologische Eigenschaften nicht chemisch erklären, wir können kulturelle Eigenschaften nicht komplett biologisch erklären. Nur, das was kulturell passiert, steht niemals im Widerspruch zu dem, was auf einer unteren Ebene, auf der physikalischen, chemischen, biologischen Ebene passiert. Das heißt, es gibt keine Möglichkeit, uns kulturell von unserer Natur, biologischen Natur abzutrennen. Und da habe ich mir eigentlich erhofft, dass es vielleicht da auch noch eine Unterstützung von buddhistischer Seite gibt. Zumindest gibt es ja Strömungen im Buddhismus, die diese Trennung zwischen Körper und Geist so gar nicht mitmachen. Ich meine, das ist alles richtig, was Sie sagen, aber Sie dürften jetzt unsere Erkenntnisse auch nicht reduzieren auf die Neuronen und die Synapsen, das ist, möglicherweise kommen in 20 Jahren ganz andere Erkenntnisse. Es ist jedenfalls so, dass es Existenzielles gibt, an das der Verstand nicht daran reicht, weil ich Sie einfach verstandesmäßig nicht begründen kann. Sind Sie da sicher? Bitte? Sind Sie da sicher? Haben Sie gute Argumente für diese These? Dankbarkeit, Liebe, Aber das haben die Soziobiologen können das sehr erklären, sehr gut erklären, indem sie die Horden zusammenleben. Das ist eine äußere Form. Darf ich das vielleicht sagen? Das Problem ist der persönliche Gott. Das muss man einfach akzeptieren. Sich Gott als Person vorzustellen, ist unglaublich schwierig. Denn wenn er Gott ist, also das vierte Lateralkonzil, hast du schon 1215 gesagt, alles was wir über Gott aussagen, ist Gott unähnlicher als ähnlich. Das heißt, Gott, und deswegen ist ja der Buddhismus auch eben eine Religion, die, sagen wir mal, dieses Problem doch schon eher lösen kann. Dass eben Gott der ganz andere ist. Und das Problem besteht darin, dass wir uns Gott vorstellen als einen überdimensionierten Menschen, einen verabsolutierten Menschen. Herr Lichtenberg hat so schön gesagt, wenn die Pferde Götter hätten, sehen sie aus wie Pferde. Und insofern scheitern wir immer, denn entweder, er soll allmächtig sein. Das heißt, wir vermenschlichen Gott. Wir haben Macht und Gott muss infolgedessen allmächtig sein. Wir können auch denken, wir sind weiser als ist Gott, der allweise, nicht wahr, jeder, der alles weiß. Aber beides widerspricht sich. Denn wenn er alles weiß und allmächtig ist, dann kann diese Erde nicht in seiner Konzeption sein. Das heißt, wir scheitern mit diesen Gottesüberlegungen, nicht wahr, eines personalen Gottes, wenn wir nur den Verstand verwenden. Und ich glaube, dieses Scheitern ist vorprogrammiert. Und ich bin zu dem Ergebnis gekommen, wir sind jetzt in diesem Jahrhundert auch nicht gescheiter als diejenigen vor, was weiß ich, vor 200 Jahren oder 500 Jahren, nicht wahr, das ist eben ein unlösbares Problem. Sokrates hat er einmal gesagt, die Menschen gleichen Fröschen, die auf dem Meeresboden leben und schauen nach oben und sie denken, oben ist der Himmel. Soweit sie sehen können, in Wirklichkeit ist es aber nur die Wasseroberfläche. Und oberhalb dieser Wasseroberfläche beginnt eigentlich erst... Ich würde gerne... Es geht doch nicht um den Sinn an sich, es geht gar nicht um den ganz großen Blick, den können wir, genauso wie die Frösche, nicht haben. Den können wir nicht haben. Genau, das heißt, und da können wir auch gewissermaßen eine Synthese Aber es könnte tatsächlich etwas ganz anderes interessieren. Ein unvorstellbarer Gott ist von keinem Religionskritiker jemals kritisiert worden. Richard Dawkins nicht, von mir nicht, von Sam Harris nicht. Und auch von den Religionskritikern früher. Die Idee, ein unvorstellbarer... Also die Idee, ein unvorstellbarer... Lässt sich ja gar nicht kritisieren. Was kritisiert werden kann, ist der vorgestellte Gott, dem man bestimmte Eigenschaften zuweist. Und diese zugeschriebenen Eigenschaften passen nicht zusammen mit dem, was über die Welt verurteilt ist. Und deswegen können wir auf diesen verzichten. Aber das Gleiche gilt auch für den Sinn an sich. Deswegen sind auch kein Atheist. Wir reden auch von dem unvorstellbarer Unvorstellbarer ist schon wie so ein dummer Begriff. Aber das ist ja bei Ansehen von Canterbury auch, dass der Gott ist das, was man groß denkt, was uns so für... Wir projizieren als etwas, was... Also ein Inzucht, Gottes Beweis. Das heißt, könnten wir aber noch mal dieses vielleicht zusammenfassen. Es ist nicht der Sinn des Lebens, an einen persönlichen Gott zu glauben. Und wollen wir das Ganze mal vielleicht auf die ethische Ebene herunter. Und was ist dann ethisch, wenn wir keinen... Also ich möchte ein Geisterrecht geben. Also für mich ist Cusanus wichtig. Gott ist die Coincidencia oppositorum, die Zusammenfassung aller Fallen, aller Gegensätze. Und für mich ist immer beides. Gott ist persönlich und überpersönlich. Er ist die Energie, er ist der Geist, der alles durchdringt, er die Schöpfung durchdringt, er uns durchdringt, die Liebe, die Kraft. Aber er ist auch ein Gegenüber, aber nicht natürlich in dem Sinn, die Theologie sagt auch, den Gott, den es gibt, gibt es nicht. Also den Gott, der erfassbar ist. Aber wir brauchen Bilder, wir brauchen Bilder, um das Unbegreifbare und Unsichtbare zu beschreiben. Aber wir müssen immer wissen, dass Gott jenseits aller Bilder ist, jenseits aller Begriffe. Brauchen wir denn diesen begrifflichen, oder dieses, wie würden Sie sagen, dieses gedankliche, über uns stehende, brauchen wir denn das, um gut und böse zu sein? Also Martin Buber und ich denke, die ganze jüdisch-christliche Theologie und Philosophie hat eine hohe Kultur der Intersubjektivität und Interpersonalität geschaffen. Und in meiner geistigen Begleitung erlebe ich, dass Gottesbild und Selbstbild sehr eng miteinander sind. Also wenn einer ein strafendes Gottesbild hat, hat er immer eine Selbstbestrafungstendenz in sich selber. Oder wenn aller Gott der Kontrollierende, dann hat er auch eine Selbstkontrolle in sich. Aber das heißt auch, wenn ich nur das Apersonale sehe, dann habe ich Probleme mit meinem Eigenpersonsein und Beziehung. Also ich denke, die Beziehungsfähigkeit ist ja, oder Beziehungslosigkeit ist die Krankheit unserer Zeit, sagen die Psychologen. Die Menschen haben keine Beziehung zu den Dingen, zur Schöpfung, zu sich selber, zu den anderen und auch nicht zu dem Unfassbaren. Und ich denke, die Gottesvorstellungen sind immer eine Hilfe, dass der Mensch richtig von sich selber denkt. Und es ist leider oft missbrauchtbar. Ja, aber nehmen wir doch mal jetzt zum Beispiel, zumindest im Abendland oder in den prophetischen Religionen haben wir den Dekalog, die zehn Gebote. Du sollst nicht töten, du sollst das und das und das nicht. Gibt es das im Buddhismus auch? Und das ist eine Richtschnur des Lebens. Gibt es das im Buddhismus aus? Natürlich. Und wie sehen die aus? Sind die identisch in etwa? Ja und nein. Natürlich sind es ethische Verhaltensregeln, die, 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 machen wir es mal so. Der Unterschied ist, dass es nicht ein Gebot ist, sondern ein Gelübde. Das heißt, in dem Moment, wo ich mich dazu reif fühle, dieses Gelübde zu nehmen, zu nehmen, dann ist es verbindend. Also wir sprechen von den fünf Laien-Gelübden zum Beispiel, also für nicht-monastische Individuen, wo jeder Laie, der im Buddhismus praktiziert die Möglichkeit hat, einer bis maximal fünf dieser Gelübde zu nehmen und die sind dann verbindlich bis ans Lebensende. Und da sind so Geschichten dabei, wie eben, du sollst nicht, also nicht stellen, nicht lügen, nicht töten, also nicht unähnlich. Das Problem ist doch, dass diese zehn Gebote gar nicht die Richtlinie sind, auch für eine funktionierende, moderne Gesellschaft. Denn im ersten Gebot hat man die Sippenhaft, die religiöse, der Religionszwang mit drin. Es ist nicht die Gleichberechtigung der Frau integriert in den zehn Geboten. Das ist ja das große Phänomen der Religion. Da ist ein Gott, der sich offenbart, der aber immer nur, zu jedem Zeitpunkt der Geschichte nur das sagen kann, was gewissermaßen auf dem Niveau der Gesellschaft zu diesem Zeitpunkt, dieser kulturellen Stufe ist. Das würde ja das, was ein paar andere haben gesagt, durchaus entsprechen. Richtig, aber das Problem ist, dass diese historisch entstanden, damit wirklich beliebigen und relativen Vorstellungen bezüglich des normativen Zusammenlebens, dann gewissermaßen mit einer übermenschlichen und überhistorischen Etikett versehen wird, sodass es eben dann auch noch in kommenden Zeiten gelten soll. Beispielsweise haben haben wir in der Bibel, wie in fast allen heiligen Texten, eine ganz starke homophobe Ader. Das heißt, Homosexualität wird in der Bibel nur mit dem Tod bestraft. Das ist im Koran, wird auch Homosexualität so abgewertet und das führt dazu, dass noch im 21. Jahrhundert Homosexuelle im Iran hingerichtet werden. Da wünsche ich mir eben keine religiöse Begründung von Werten, von Werten, sondern eine flexible, säkulare Begründung von Werten. Die müssen ausgehandelt werden, so wie die Menschenrechte auch ausgehandelt worden sind. Und wie die Demokratie ausgehandelt worden ist, wie unsere Verfassung ausgehandelt worden ist. Und sie sind veränderbar, wenn sich eben die Verhältnisse auch verändern. Wir können ja feststellen, okay, hier hatten wir einen Wert, der erschien uns vor 20 Jahren sehr sinnvoll, aber er hat sich überlebt. Also Abtreibung, sagen wir jetzt Abtreibung. Ja, nehmen wir Schwangerschaftsabbruch als ein Beispiel. Das zeigt, Gesellschaften sind im Wandel und deswegen müssen auch die Werte evolutionär sich entwickeln. Sie können nicht absolut gesetzt werden. Das ist doch passiert. Das, was häufig dann als ein großer Vorteil der Religion dargelegt wird, dass sie eben absolute, unbedingte Werte uns geben. Das ist ein riesen Nachteil, zumal diese Religion meistens nur Gruppenmoral entwickelt hat. Also sie haben dazu geführt, dass einzelne religiöse Gruppen sehr stark, auch altruistisch zusammengearbeitet haben, dass aber dann die Nachbargruppe gewissermaßen mit dem Signum des Bösen versehen wurde. Und deswegen haben wir die Doppelmoral in der Geschichte so gehabt. Ja, aber die Bösen sind immer die anderen. Böse sind stets die anderen. Und willst du nicht mit dem Bruder sein, so schlage ich dir den Schädel ein. Das ist etwas, was wir in fast allen menschlichen Kulturen finden und fast allen religiösen Texten. Aber genau das muss man ja überwinden. Ja, sicher. Denn das Ergebnis ist ja eine Katastrophe. Und zwar, diese Katastrophe entsteht eben dadurch, dass wir unterschiedliche Bilder von Menschen haben. Das heißt, ich muss zunächst einmal die Frage beantworten, was ist der Mensch? Oder wer ist überhaupt ein Mensch? Das ist in der Menschheitsgeschichte sehr umstritten gewesen. Karl Marx hat mal gesagt, der Mensch, wie er geht und steht, ist nicht der eigentliche Mensch. Sondern er muss das richtige gesellschaftliche Bewusstsein haben. Er muss der richtigen Klasse angehören. Bei den Nazis hieß es, er muss der richtigen Rasse angehören. Bei den Fundamentalisten muss er die richtige Religion haben. Sonst wird er ausgebreitet, in Saudi-Arabien. Oder bei uns war 400 Jahre auf dem Scheiterhaufen verbrannt. Das heißt, die Frage... Der Heide war kein Mensch. Bitte? Der Heide in Süda war kein Mensch. Das heißt, die Frage, wer ist ein Mensch? Was ist ein Mensch? Und darauf müssen sich die Menschen verständigen und können sich auch verständigen. Das heißt, sie müssen Abstand nehmen von dieser Kategorisierung des Menschen. Und es ist eben nicht begrenzt in dem, was wir bisher in der Menschheitsgeschichte erlebt haben. Insofern gebe ich Ihnen recht. Sondern es gibt neue Kategorisierungen. Zum Beispiel haben wir heute die Kategorie der Menschheitskostenfaktor. Er gilt nur insoweit etwas, als er nichts kostet. Und er gilt umso mehr, je weniger er kostet. Das heißt, ich muss mich aber immer menschenorientieren. Das kann ich. Das macht ja Ihre Religion auch. Und an sich müsste das auch die christliche Religion machen, wenn sie sich an Jesus orientiert. Denn Jesus kannte keine Grenzen. Er kannte keine Grenzen. Er hat der Tochter der Syro-Vönizierin genauso geholfen wie dem Diener des Rhönemischen Hauptmanns und dem Aussätzigen Galilea und dem Behinderten von Judea. Er kannte keine Grenzen. Er hat aber die bösen Ehrenquallen angedrückt. Ja, das sind die alten, alttestamentarischen... Nein, nein, die neuen Testamenten. Gut, aber das kann ich nicht. Moment, aber das ist klar. Wir machen aber keine Bibelinterpretation. Aber es gibt diese Stellen, die sind sehr sympathisch, dass Sie darüber hinweg sind. Nein, 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 ich gehe gar nicht drüber hinweg. Aber das ist ein bisschen ärgerlich. Das ist ja nun wirklich erforscht. Die Evangelisten haben ja Jesus überhaupt nicht gekannt. Aber die neue Lehre musste den Juden praktikabel gemacht werden. Und deswegen hat man diese Botschaft von Jesus untermauert mit Zitaten, die war der... Okay, aber ich würde gerne diese zheologische Diskussion ein bisschen runterfahren. Aber die Lehre ist nicht wahr, ich muss... Und das ist die entscheidende Aussage. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Und zwar unabhängig davon. So lange. Das ist noch nicht so lange. Doch, in dieser Botschaft, im Übrigenauch in Ihrer Botschaft. Das ist gut. Das ist im Neuen Testament versteckt. Aber es wurde tatsächlich... Naja, ich meine, man hat sich weder in der Kirche noch sonst wo hat man sich daran gehalten. Ja, das ist etwas ganz anderes. Da kam erst, und das würde ich sagen, da hat Schmitz-Salomern ganz recht, das ist eine Verhandlungssache. Mit der HBS-Korpusakte, du hast einen Körper, kommt erst mal so etwas wie die körperliche Würde des Menschen überhaupt vor. Und das ist im 15, 16 Jahrhundert. Gut, also ich denke, wichtig ist, dass wir die 10 Gebote, wir müssten die Bibel auch mit dem Verstand auslegen. Mein Namenpatron, Anselm von Kenterberg, sagt, vieles quärendes Intellektum. Der Glaube sucht auch Einsicht. Wir haben auch einen Verstand, und das ist ganz wichtig. Glaube und Vernunft müssen zusammenkommen. Wir dürfen die nicht einfach nur als Gruppengebote sehen, sondern wir müssen natürlich immer auch die Relativität sehen. Aber trotzdem ist in den 10 Geboten ein Sinn, und die sind auch zeitlos. Nur dadurch kommt es immer auf die Deutung an und auf die Interpretation. Da gibt es natürlich eine fundamentalistische Deutung, wo die anderen ausgeschlossen werden. Aber Jesus hat ja auch die Feindesliebe. Ich denke, wie kaum ein anderer. Die Griechen kannten sie auch schon, aber nicht so aufschließlich wie Jesus. Und ich denke, da werden ja Grenzen übersprungen. Klar, ich gebe Ihnen recht, auf dieser Ebene sind wir auch, denke ich, einig. Aber ich würde nicht sagen, dass alle gesellschaftlichen Entwicklungen schon Normen sind. Wenn Sie Abtreibung sehen, unabhängig jetzt von dem Ton, aber von der Psychologie her weiß man auch, man kann es nicht einfach so machen, ohne dass die Psyche auch darunter leidet. Weil ich habe viele Frauen begleitet, die abgetrieben haben. Warum, das kann man nicht einfach sagen, das ist heute, kann man das als Norm jetzt sehen, sondern da spricht es auf der Seele. Ja, das ist schon richtig. Aber das einzelne Individuum muss dann entscheiden. Das ist ja, die Würde des Menschen heißt ja auch, auf das Individuum gehen und nicht nur auf die Gruppe. Aber ich möchte jetzt diesen theologischen oder quasi theologischen Diskurs vielleicht abdrehen. Der Sinn des Lebens, wieder zurück, ich und die Welt, der Sinn des Lebens, ist dieser Sinn eigentlich heute verloren gegangen, indem man, wir kommen jetzt auf diese Finanzkrise, indem man eine Sinnsuche begangen hat und diese Sinnsuche eben im Anhäufen von Geld, Reichtum, Luxus oder so etwas zu haben. Besteht da ein Zusammenhang, dass wir auf der einen Seite immer reicher werden, auch in der Krise immer reicher werden, aber eigentlich immer noch auf der Sinnsuche sind? Und Sie sagten, als Sie aus dem Kloster zurückgegangen, haben Sie erstmal all Ihr Hab und Gut verschenkt. Ist der Buddhismus sozusagen eine Rettungsfunktion in einer heillos monetären Welt? Anders. Wo fange ich an am besten? In der Einsicht, dass das, was ich letztendlich erreichen möchte, jenseits eben, machen wir es mal so einfach von Gut und Böse ist, ist mein erster Schritt zu sagen, ich möchte mir dieses Umfeld, das mich daran hindert, jenseits davon zu kommen, einmal schaffen. Das ist der allererste Schritt. Ich will mir einen geschützten Raum schaffen, innerhalb dessen ich mich entfalten kann. Macht jeder denkende Mensch, oder? Dass er sich einen Raum schafft, innerhalb dessen er sich bilden, weiterbilden, entfalten kann. Wenn er die Möglichkeit dazu hat. Wenn er die Möglichkeit hat, natürlich. Darauf folgend entsteht eine Art von Sicherheit oder Geborgenheit oder tiefem Vertrauen. Und aufbauend auf diesen Vertrauen geht es an den nächsten Schritt. Diesen nächsten Schritt, wo ich diesen geschützten Raum, zum Beispiel, ich lebe auch nicht mehr im Kloster heute. So gern ich ist Täter, ich bin in die Welt hinausgeschickt worden. Aber diesen geschützten Raum zu verlassen, weil man ihn verinnerlicht hat. In dieser Verinnerlichung, die Möglichkeit besteht, diesen tief, diesen zuvor empfundenen Egoismus, oder diese, sagen wir mal so, ein mittelfristiges Ziel erreicht zu haben, diesen Egoismus, der uns daran hindert, genau das zu erreichen, was wir erreichen wollen, so bewunden zu haben, dass wir hinausgehen können. Das heißt, dort spielt Geld keine Rolle. Bei Ihnen schon. Sie sind der Finanzminister des Klosters, der Zellerer. Und Sie spekulieren auch an der Börse und haben verloren. Spekuliere nicht an der Börse, sondern... Nein, 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 das war übertrieben, aber... Ich lege Geld an. Sie legen Geld an. Wer heute Geld anlegt, kann es auch nur über die Börse. Wichtig ist das betrelle Umgang mit Geld. Ich kann aussteigen aus der Welt oder ich kann mit der Welt gut umgehen. Und da ist es immer das Problem der maßlosen Kartei. Benni spricht ja vom Maß. Und ich denke, die große Krankheit unserer Zeit ist ja auch die Maßlosigkeit. Wenn wir jetzt den Suizid von Robert Enke sehen, Daniel Hell sagt, Depression ist ein Hilfeschrei der Seele gegen die maßlosen Ansprüche an uns selber. Dass wir immer gut drauf sein müssen, immer cool sein müssen, immer perfekt sein müssen, immer alles im Griff haben müssen. Das sind maßlose Ansprüche an uns selber. Und die, die sie immer mehr haben wollen, die Gier, das sind Maßlosigkeiten. Und das ist das Grundübel. Und das ist sicher Christentum und Buddhismus haben viele ähnliche Aspekte. Benni meint halt nur, dass christlich auch ist, die Welt zu gestalten. Und ich kann nicht gestalten ohne Geld. Also wir haben eine Schule, wir haben viele Werke, da braucht man auch Geld und dann muss man halt auch damit umgehen. Es ist schön zu sagen, ich brauche überhaupt keins. Das wäre die buddhistische Variante. Aber wenn ich was gestalten muss, wenn ich was gestalten muss, dann brauche ich auch Geld. Die Politiker brauchen auch immer Geld. Kapitalismus und Kommunismus ist beides schlecht, sagen Sie. Beides ist nicht richtig. Genauso schlecht ist das eine wie das andere. Ich meine, ich unterstütze das hier, was der Pater Anselm schreibt. Weil es hilft dem einzelnen Menschen, auch wenn er in einer relativ glücklichen Situation lebt, damit zufrieden zu sein, sogar noch weiter zu kommen. Oder wenn er in einer schlechten Situation ist, daraus zu kommen. Aber ich glaube, wir müssen unbedingt einen Schritt weitergehen. Und die Frage ist ja, was ist der Sinn des Lebens? Ja, ist es. Und da hilft nun alles nichts. Alles Grübeln, ob ein persönlicher Gott existiert oder nicht. Das habe ich am Anfang gesagt. Er bringt uns nur begrenzt weiter. Man kann vielleicht sagen, die Anerkennung der Menschenwürde und der Menschenrechte verlangt irgendwie die Verankerung in einer Instanz, die dem Mensch vorgegeben ist. Die er nicht manipulieren kann. Das ist durchaus etwas, was einem auch einleuchtet. Man kann natürlich auch sagen, je mehr Menschen sich eben zu einer solchen Überzeugung zusammenfinden, desto breiter wird auch die Grundlage. Aber es gibt nach meiner Auffassung schon etwas, was jeder begreifen kann und was dem Leben einen Sinn geben kann, indem wir über das Individuelle hinausgehen in das Politische. Und das Politische hat eine Rückwirkung auf das Persönliche. Das heißt, ich muss eine, Aristoteles sagt ja mal, Politik sei nichts anderes, als das Bemühen, das geordnete Zusammenleben der Menschen zu ermöglichen. Und wir müssen uns unterhalten darüber, was ist die richtige Ordnung. Und zu dieser richtigen Ordnung, da gehört eben nicht der Rassismus und nicht der Nationalismus und nicht der Fundamentalismus, sondern er hat zwei Elemente, diese richtigen Ordnung. Es ist ganz einfach zu begreifen und jeder unterstützt dies und kann es auch unterstützen. Dass wir nämlich die Würde jedes Menschen, unabhängig davon, wo er geboren ist, welches Einkommen er hat, dass wir diese Würde achten. Und hier ist die Grenze, an dem Moment, wo die Würde des Menschen tangiert wird, ist zunächst ein Stoppsignal gegeben. Und das Zweite, was wir machen müssen, wir müssen denen helfen, die in Not sind. Diejenigen, die nicht in Not sind, denen müssen wir auch nicht helfen. Was haben wir davon? Also ich frage jetzt mal für den Sinn, was haben wir davon, wenn wir den anderen helfen? Ist das für uns positiv? Ja, natürlich. Wenn man den Kapitalismus so sieht, ist es eben nicht. Es gibt Leute, denen ist es egal. Ja, ja, eben. Jetzt muss ich eben, sagen wir mal, die Mehrheit der Menschen, die eben akzeptieren und anerkennen, dass alle Menschen dieselbe Würde haben, die müssen dafür sorgen, dass eben die Menschen, die das missachten, die Diktatoren, kriminelle Gewaltherrscher, Konzernchefs, die wegen der Erhöhung der Kapitalrendite 3000 Leute, auf die Straße setzen, weil das sie gestoppt werden. Das Sinn des Lebens besteht auch darin, dass wir uns engagieren für eine Ordnung, in der alle Menschen eines Tages, so weit sind wir noch nicht, aber immer mehr Menschen in einer Welt leben können, in der ihre persönliche Würde geachtet wird, was auch bedeutend nicht war, dass sie genügend zum Leben haben, zum Existieren, dass sie sich entfalten können. Und zweitens in einer Ordnung leben, in der es selbstverständlich ist, dass diejenigen, die dazu in der Lage sind, den anderen helfen, die in Not sind. So, wenn ich die beiden Dinge akzeptiere, dann habe ich einen Sinn des Lebens. Ja, aber das ist das, würden Sie ja unterschreiben. Aber Sie würden nur nicht sagen, wir brauchen da keine übergeordnete Instanz. Das kommt aus uns selber heraus. Gut, wir müssen natürlich Ordnungssysteme schaffen, aber wir profitieren persönlich darin. Das zeigten auch die Glücksforscher, die haben festgestellt, dass diejenigen, die sich nur um ihr eigenes, persönliches Glück kümmern, dass die nicht so glücklich sind wie diejenigen, die ihr Glück dadurch empfinden, dass sie auch andere glücklich machen. Also wer sich wirklich nur auf das private Vergnügen stürzt, der hat eine nicht so clevere Glücksjagdstrategie. Was ich sehr interessant fand, ist, es sind eigentlich zwei Aspekte, die wir lernen können. Und wenn ich hier diesen spirituellen Weg sehe, der in der buddhistischen Tradition stark ist, aber auch bei Mystikern sehr stark ist, dann ist es ein großes Ziel, dass man lernt, das zu ertragen, was man nicht verändern kann. Also sich mit den Widrigkeiten des Lebens abzufinden. Aber nicht zu verzweifeln. Ja, und dabei nicht zu verzweifeln. Aber es gibt eben eine zweite Weisheit sozusagen, wenn wir sagen, das eine ist mal die Weisheit des Ostens zu ertragen, was man nicht verändern kann, dann ist die zweite Weisheit, auf die Herr Geisler zurecht hingewiesen hat, das zu verändern, was wir gar nicht ertragen müssen, weil wir es verändern können. Ja, absolut. Ja, und diese beiden Weisheiten müssen zusammenkommen, und das ist ja auch durchaus möglich. Da sehe ich eigentlich keinen großen Widerspruch. Ich glaube nur, dass wir sehr klar nach den Ursachen suchen müssen, warum diese einfache Weisheit, ja, oder diese doppelte Weisheit von so wenigen Menschen ernst genommen wird. Und das hängt sicherlich damit zusammen, dass wir a, biologisch auf vielleicht was anderes programmiert sind, b, kulturell auch noch in eine andere Richtung gedrängt werden, sodass wir immer noch hier, wir sind hier in einem sehr elitären Zirkel, wir können darüber sprechen, uns geht es gut, wir sind auch gewissermaßen auf der Insel der Unseligen, wo selbst eben Benediktinermönche sehr verwegende Thesen vertreten. Aber das sind wunderbare kulturelle Errungenschaften, wir müssen aber schauen, dass eben in anderen Ländern das eben so nicht möglich ist, und da stimme ich völlig zu, wir müssen Ordnungssysteme schaffen, die es eben ermöglichen, dass eine humanitäre Idee sich gesellschaftlich stärker durchsetzen kann. Ja. Das finde ich wunderbar, was Sie gesagt haben, weil letztendlich ist es mit anderen Worten ausgeht, was Karma ist. Nee. Was ist Karma? Karma. Karma ist die Summe oder das Resultat aller meiner vorangegangenen Taten, Aktivitäten, Gedanken etc. Was aber nicht bedeutet, dass es unabwenderlich ist. Das heißt, ich kann jederzeit eingreifen, muss eingreifen, und kann mein Karma, um es jetzt dabei zu belassen, bei dem Begriff, verändern. Das heißt, ich bin nicht einer dummt, ich komme nicht in die Welt, und ich bin jetzt das verdammt, irgendwo zu enden, sondern ich habe die Möglichkeit, mit dem, was ich mitbringe, jederzeit einen anderen Weg einschlagen zu können. Gut, in einer letzten Runde würde ich eine ganz verwegende These aufstellen. Der Sinn des Lebens ist das Leben selber. Das heißt, wir müssen uns fortpflanzen. Wir müssen uns als Spezies sozusagen, ist der Sinn, erhalten. Was sagen Sie als Zölibatärleben? Knoosterbruder zu dieser verwegenden These. Sie haben ja drei Kinder. Natürlich gehört die Weitergabe des Lebens dazu, aber ich kenne ja auch nicht nur, dass wir darauf verzichten, und die buddhistischen Mönche ja auch, sondern ich kenne natürlich auch viele Eltern, die Kinder haben wollen und kinderlos bleiben, weil es nicht gelingt. Und da ist dann auch wichtig, dass das Leben auf andere Weise fruchtbar wird. Also die Generativität von Eric Eriksen, die gehört dazu, dass das Leben Frucht bringt, dass ich etwas in diese Welt hinein schaffe. Also, wenn Sie sagen, das Sinn des Lebens ist das Leben selber, das kann ich sehr nachvollziehen, also nicht nur die Weitergabe des Lebens, sondern auch, wenn ich bewusst lebe, mein einmaliges Leben, und das ist auch, die Würde des Menschen heißt auch, dass jeder Mensch einmalig ist, und ich möchte es mit der Religiöse ausdrücken, Romanogadini sagte mal, Gott spricht über jeden Menschen ein Urwort, ein Passwort, das nur für diesen Menschen gedacht ist, und jeder Mensch muss dieses einmalige Wort, das nur in ihm sichtbar wird, in dieser Welt vernehmbar werden lassen. Und die Frage, wie erkenne ich das Wort, das kenne ich nicht, indem ich nur auf Gott höre, sondern auch auf mich höre, was ist meine Geschichte, was ist meine, wo stimme ich mit mir überein, wo stimmt es, da bin ich ja in Berührung mit diesem einmaligen Wort. Und dieses Leben, meine Spur, in diese Welt zu graben, und die Welt menschlicher werden zu lassen, das ist wichtig, natürlich die politische Dimension, sehe ich auch ganz wichtig, und Jesus ist eben am Kreuz gestorben, weil er sich nicht zurückgezogen hat, und weil er politisch letztlich auch... Sie haben ihn umgebracht, vielleicht er wurde umgebracht, nicht wahr, wegen seiner Idee. Und das ist ja auch ein Protest, der Protest gegen die... Nochmal, Sie schrieben, ich habe es jedenfalls gelesen, ich kann jetzt auf den 300 Büchern nicht die genaue Seitenzahl angeben, Sexualität und Aggression, das ist so die Triebfeder des Lebens. Das heißt, wenn man das nicht hat, also weder Aggression noch die Sexualität hat, dann hat man die Spiritualität. Ist das sozusagen eine übergeordnete Dimension? Meine Frage. Auch der spirituelle Mensch, also Aggression und Sexualität sind entscheidende Lebensenergien. Ohne diese Lebensenergie wird der Mensch depressiv oder antriebslos. Die Frage ist nur, wie ich sie lebe. Aggression heißt ja, was anpacken, also politisch was anpacken oder auch sich abgrenzen. Das ist eine Kraft, die zum Menschen gehört. Ohne das wird es langweilig. Dann kreist der Mensch nur um sich selber. Aggression heißt auch eingreifen. Und Sexualität ist die Sehnsucht nach Liebe, nach Lebendigkeit, sich selber spüren und letztlich auch nach Ekstase, sich über sich hinaus gehen. Und Ken Wilber, der amerikanische Philosoph, sagte mal, Sexualität hat immer auch was mit Transzendenz zu tun. Und im 19. Jahrhundert, als die Transzendenz verloren gegangen ist, war das einzige Geheimnis des Menschen noch die Sexualität. Und damit ist sie überfordert worden. Und ich denke, nur wenn sie auch ein Bild ist für mehr, dann kann sie auch menschlich geliebt werden. Das einzige, was mein Pastor damals im Saarland interessiert hat, wenn ich in den Beistuhl kam, ich bin ja katholisch getauft und bin ja als Kind katholisch. Wie war es mit der Unkeuschheit? Allein oder mit anderen? Das mussten wir dann immer... Klasse. Meine verwegende These nochmal an Sie. Ist das Leben das Leben selber, dass man es weitergibt und dass man aber auch, wie Sie das ja in Ihrem Buch, auch über sein eigenes Leben reflektiert? Und wo würden Sie sagen, da habe ich meinem eigenen gegebenen Sinn nicht entsprochen? Also, ich würde die Sexualität nicht unbedingt in eine inhaltliche Verbindung bringen mit Aggression oder Aggressivität. Ganz im Gegenteil. Die Sexualität ist etwas Existenzielles. Für den Menschen ist auch die Quelle höchsten Glückes. Ich glaube, das ist zunächst mal das Wichtigste. Natürlich kann hier alles auf dieser Erde missbraucht werden und auch falsch dargestellt werden. Es ist eben nur die Sexualität, weil der Mensch eben so veranlagt ist, ist die Sexualität natürlich auch Gegenstand derjenigen, die an der Macht sind. Man hat die Sexualität immer normiert. Man hat Normen aufgestellt. Was dürfen die Leute? Heute werden in Amerika noch Leute mit Zuchthaus bestraft oder sogar mit dem Tode bestraft. nicht wahr, wenn sie Geschlechtsverkehr haben mit jemandem, der gar nicht verheiratet ist. Also es sind unglaubliche Vorschriften, die da erlassen worden sind. Ganz einfach deswegen, weil der Mensch sich an diese Vorschriften gar nicht halten kann. Sondern er will auch sein sexuelles Leben, so leben wir, wie er das für richtig hält. Und der ist ja auch vielleicht festgelegt. Nicht? Und insofern kann man ihn natürlich über die Sexualität auch am besten manipulieren. Je mehr Normen man aufstellt, umso mehr kann man sagen, du bist ein Sünder, du sündigst. Und wenn die Leute in diesem Glauben groß werden und aufwachsen, dann werden sie eben manipulierbar. Das ist ein Vorwurf, den wir der ganzen Kulturgeschichte machen müssen. Und da ist in der Tat eben auch ein Fortschritt zu verzeichnen, nicht wahr, gegenüber früher, heute. Wir sind in einem Prozess befindlich. Das ist meine Auffassung. Die Welt ist ein Prozess, sie bewegt sich auf eine Vollendung zu. Und wir müssen mit unseren geistigen Kräften einen Beitrag dazu leisten, auch durch aktives Tun, nicht wahr, dass dieser Prozess immer besser wird für die Menschen, für alle Menschen. Das kann man machen. Das ist ein Schlusswort, vor allen Dingen auf eine Vollendung zu. Das heißt, wir haben doch noch so ein Hegelchen Zielgedanken entwickelt. Ja, Gelongba, Lama, Palmer, Vater Anselm, meine Herren, die Zeit ist um. Vielen Dank für das interessante Gespräch. Wir haben vielleicht ein bisschen zu viel über die Religion geredet, aber es ist halt so. Es geht uns ja auch an. Ihnen zu Hause, danke fürs Zuschauen und Mitdenken. www.nachtstudio.ztf.de steht für Sie bereit mit Informationen. Und wenn Sie wollen, Lebenshilfe, Lektüre, Vorschläge. Im Forum können Sie sich Ihre eigenen Argumente hin und her schreiben und in der Mediathek sich alles nochmal anschauen. Aber bis zum nächsten Mal hat ein großer Denker das letzte Wort, von dem Herr Schmidt-Salomon sich den Titel seines Buches ausgeliehen hat, jenseits von Gut und Böse, Friedrich Nietzsche. Er sagt, wer ein Warum zu leben hat, erträgt fast jedes Wie. Gute Nacht. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020